Willkommen Reisende. Wir können auf dem All landen, mitten in den Wolken, benutzen den Teleporter. Dann befinden wir uns in einer kleinen Basis. Hier kann man speichern. Hier ist das Gate. Die Entspannungsecke. Und wenn wir dann nach oben schauen, sehen wir ein riesen Jenga. Kommt gerne vorbei und schaut es euch an. Hier kommen die Koordinaten. Links unten in der Ecke zu sehen. Viel Spaß dabei und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.